Hallo, zurück zu The Last of Us Erbarmungslos. Ich habe gerade gesehen, ja, mein Aufnahmeprogramm wollte mal wieder nicht aufnehmen. Also ich habe jetzt die ganzen Leute da drin erwirkt erstmal. Es wäre jetzt wieder typisch gewesen, dass er nicht aufgenommen hätte, wenn ich jetzt gerade hier zum Beispiel gewinnen würde. Oh, Joe, rauf her, Gott, mal rauf! Nee, das ist jetzt nicht wahr. Wie kann der sich denn von einem Schlag sofort erholen? Das ist doch einfach nicht normal. Ich weiß nicht, sonst passiert das auch nicht. Sonst ist er erstmal eine Weile betäubt, aber nein! Er dreht sich kurz weg und dann ist er auch so freuernischt. Kann doch nicht wahr sein. Die wollen mich ja echt fertig machen. Oh, nee, es ist doch schon wieder ärgerlich! Er hat eine Gange! Was denkt, ich will etwas? Ja, ich glaube, du. Mann, ich habe deine Scheine von der Klickle-Ach-Würfe. Ich denke über das. Ich kann nicht deine Scheine sterben. Ich werde dich nicht schäuern. Ich werde dich jetzt nicht schäuern. Ich werde dich nicht schäuern. Ich werde dich nicht schäuern. Ich werde dich nicht schäuern. Oh, Mann! Oh, Mann! Jetzt willst du zustechen, Ellie, wenn es zu spät ist. Ach, Ellie, sonst machst du es doch auf. Warum jetzt nicht? Da rennt die da rundherum. Hier lag doch noch eine Flasche. Ist doch nicht blöd. Ja. Das war klar. Och, Leute. Es ist nicht zu fassen. Ein Schoß, oh Mann, ist hin. Ach, was du nicht sagst. Als wenn ich das noch nicht wüsste. Ich finde einen Weg drum rum, ja, das ist mir klar, aber du wirst ja trotzdem entdeckt. Ist ja nicht so, dass du komplett hier schleichen könntest. Du wirst ja automatisch entdeckt. Und das ist ätzend. Na komm, dreh die Schnauze rum. Oh, was wird's denn? Pass ist ja nicht. Die Schnauze? Oh, wie soll's denn seien? Ok, ich mach's. Okay, ich mach's. Oh, was ist das? Ich weiß nicht, ist das zu fassen hier. Also ich glaub's ja wohl nicht. Er lässt sich erstmal schön anschießen. Dann, ach, warum bleib ich nicht gleich stehen und lass mich abknallen? Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Also das ist doch... Fehlen mir die Worte. Da liegt natürlich nichts, was hier eigentlich sonst gelegen hätte. Moment mal, hab ich noch... Scheiße, ich hab kein Messer mehr. Ich hoffe, die find ich noch eins. Also, äh, ähm, Klebeband. Ich befürchte nicht. Scheiße. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, shit. We're okay. They can't see us. What the fuck? Joel? Joel, stop! Look. Leave him alone. Easy, son. Just take it easy. It's all right. They're not the bad guys. Lower the gun. Man, you hit hard. Yeah, well, I was trying to kill you. Yeah, I thought you were one of them, too. Then I saw you. If you haven't noticed, they don't keep kids around. Survival of the fittest. You're bleeding. It's just nothing. I'm Henry. This is Sam. I think I caught your name was Joel. Ellie. How many are with you? They're all dead. Hey, we don't know that. We're a bunch of us. Someone had the brilliant idea of entering the city. Look for supplies. Those fuckers, they ambushed us. Scattered us. Now it's all about getting out of this shithole. We can help each other. Ellie. Safety and numbers and all that. She's right. She could help each other. We got to hide out not too far from here. Be safer if we chat there. All right, take us there. Follow me. Sorry about the whole gun thing. Don't worry. I would probably done the same thing. Where are you from? All the way from Hartford. Really? I heard some bad stuff going on down there. Yeah, the military band in the zone. That's why I left. I thought it was like this right now. That's good. That's also good. Aber kein Klebeband. Ach Mensch. Da kann ich die Tür unten nicht aufmachen. Ist doch ätzend. Aber man muss dazu sagen, es gibt hier immer eine Tür, die man nicht aufmachen kann. Weil man nie genug Messer dafür hat. Das ist nur du und deine Tochter. Wir sind nicht verrelatet. Wir sind mehr als, ähm... Ich habe mir gesagt, jemanden würde ich nachdenken. Ja. Ich kann das verraten. Hier, die meine ich natürlich. Das gibt's doch wohl nicht. Das ärgert mich. Ich meine, es wären zwar keine riesengroßen Schätze drin gewesen, aber immerhin etwas. Das ist schade. Sehr schade. Warte, warte. Everyone be quiet. Get away from the windows. Wir sind weg. Man, das fucking Truck. Es hat uns verraten, seitdem wir in diese Damp- Sam, was du machst? Nothing. Get rid of it. My backpack ist praktisch empty. Was ist die Regie übernehmen? Was ist die Regie? Das ist die Regie. Die Regie? Was ist das? Oh mein Gott, der kann's doch eigentlich erst mal mitnehmen. Solange wie wir... Ellie nimmt's gleich mit. Sie guckt schon so. Ich warte, bis keiner mehr guckt. Hier ist ein Uncharted-Secret sozusagen. Jetzt hat's schon genommen. Aber wenn wir hier hinten sind, hätten wir's beobachten können, wie das einsteckt, den Roboter. Aber ich finde, der Junge hätte den erst mal nehmen können. Ich meine, so lange, bis sie halt was Wichtiges finden. Bis dahin, dass sie erst mal behalten können. Shit. Was hast du gefunden? Ellie. Du guckst uns zurück. Oh Christ. Sag, bleib mit ihr. Gut, dann mach ich gleich ein Medikit. Sie wollten es noch mal geben. Ich bin sicher, dass wir nichts missen. Okay. Halt einen Blick auf die da. Ich schaue das. Sie tun ja so, als hätten sie uns schon entdeckt. Ich muss noch aufpassen, vor dem dritten. Oh. So müsste ihr dahinterstecken. Yep. Oh. 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 Das war's für heute. So, die drei waren jetzt nicht so schwer. Ja, nicht schlecht, Alter. Du hast ja überhaupt nichts gemacht. Musst ja ich alles machen. Idiot. Getroffen. Ja, dann, da meine Kollegen ja noch nicht mal schießen können. Jetzt kommt er. Na los, macht irgendwas mal. Oh, das darf nicht wahr sein. Idiot. Ja, die Verbündeten sind mal wieder, wie immer, zu nichts imstande. Muss mal wieder alles ich machen. Irgendwo war hier noch ein Firefly-Anhänger. Hier, genau. Da vom Klo war nix weiter. Ja, dann machen wir die Tür auf. Hier ist noch ein Zettelchen. Es gab einen öffentlichen Prozess. Moment. Nachdem ein paar Teenager aus unserer Gruppe diese Familie getötet hatten, hier in unsere Stadt gekommen war. Ich war mir sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meinte der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe beschafft. Ich konnte gar nicht fassen, was ich da hörte, und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollten, um andere Überlebende in dem Gebiet zu jagen und ihre Vorräte zum Camp zu bringen. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als zwei Männer der Gruppe fingen an zu schreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Sie meinten, er hätte kein Recht. So etwas von uns zu verlangen. Ich wagte nicht, mich zu rühren, als die Einzigen, die Moral bewiesen, vor unseren Augen getötet wurden. Nächste Woche bin ich mit Jagen dran. Hat dann viel Spaß. Hier sind noch ein paar Pillen. Hier sind wir. Nein, das werde ich bestimmt nicht bauen. Wenn, dann eher eine Rauchbombe. Willkommen in meinem Büro. Wie lange habt ihr euch hier geholfen? Ein paar Tage. Wir haben ein bisschen Essen, aber hier. Blutbeeren. Wir haben eine ganze Stache von ihnen. Du willst ein? Nein. Hey Mann, relax. Wir sind sicher. Also, warum hast du nicht geholfen? Ich habe mich für die richtige Möglichkeit. Und? Hier. Check das mal. Das kann funktionieren. Oh, es funktioniert. Es wird definitiv funktioniert. Wow. All right, ready? Ow! A blueberry hurt you? It's been a while since that boy even cracked a smile. She doesn't seem bothered by all this. So where were you heading? I heard the Fireflyers are based on Weston, where? We're gonna join up with them. Something funny? It just seems like there's a lot of people putting their stock on the Fireflyers these days. Yeah, maybe there's a reason for that. So you don't know where they are, and you're just gonna drag him across the country to find them? I tell you what, how about I worry about my brother, you worry about your girl. Easy. We're looking for the Fireflyers too. This is us. There's an abandoned military radio station just outside the city. Any survivors from our group, they're supposed to meet us there tomorrow. You and your girl, you and your girl, you enjoyin' us. It goes down to night. I guess we're best dressed up then. He says it's time to go. Don't sleep. Don't sleep. Don't sleep. So no matter what you stick to me. Light glue. Light glue. Light glue. Got it. Good. Alright. Y'all ready? Yeah. Okay. Okay. Yeah, we're supposed to be ready. We're supposed to be ready, okay? You tried this before? Uh, yeah. That's comforting. Relax, old man. I just hope you know the way. This way. Ah, das wird jetzt auch wieder schön. So, jetzt versuche ich mit Absicht ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. In der Hoffnung es kommt ja ein... ja, prima, einer den ich ja wirken kann. Jetzt geht er wieder raus, ich glaub's aber nicht. Oder? Ja, sieht so aus. Nein, lauf! Zwei Schuss, ach ne. Es ist zu herrlich. Na? Ich denke, sie haben uns gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaub, hier liegen noch nicht mal Flaschen rum, also außer die halt. Mist. Scheiße! Da ist er! Ja! Fels! Wie geht's? Pacifica. Ja! Ah! Let's do it! Oh! Oh! I'm gonna light you up! Scheiße. Voll lauter Aufregung jetzt. Oh mein, jeder Schuss ist wichtig. Das ärgert mich dann immer. Ducken, ducken, ducken. Guckt euch doch mal an, wo die hinschießen. Das werde ich bestimmt nicht überleben, jetzt beim ersten Mal. Was hast du denn, Mann? Nee, ne? Ich habe es nicht gesagt. Weil mal wieder meine Verbündeten unfähig sind. Absolut unfähig. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Hey, wie geht's dir? Ich versuche einfach zu halten. Wie sieht es da aus? Okay, everyone move up. Mir fällt gerade ein, dass ich ja noch nicht mal einen Stop gemacht habe. Aber ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich gleich den Stop. Ansonsten, falls ich es schaffe, was ich sowieso nicht glaube, dann mache ich dann den Stop. Kommt keiner, das war klar. Kann ich jetzt hier gleichzeitig eine Flasche einsammeln, das ist ja auch was. Das Ding brauche ich nicht abschalten, das hat eh keinen Sinn. Oder? Vielleicht könnte ich es auch auf diese Weise probieren. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal geschafft. Und wo ist jetzt hier mal eine Flasche? Liegen doch sonst hier rum. Ach, Leute. Gibt es hier jetzt noch nicht mal mehr eine Flasche? Wollen die mich so fertig machen, oder was? Na also. Ich glaube es ja wohl nicht. Das Gute ist, an dieser Seite hier kann ich mich wenigstens um mein Auto oder so drum rumgleichen. Das ist ja auch was. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Oh. Oh, shit, they spotted us. Find something to hide behind. Oh. 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 Hi, Sir. Hi, Sir. Ach, es war klar. Also ich glaube, so oder so, es nimmt sich nicht viel. Ja, ich sehe es. Dieser Hinweis da schon wieder, den ich schon seit tausend Jahren kenne, da könnte ich doch auch schon wieder ausrasten. Okay, also ich mache jetzt hier den Stop. Und bis zum nächsten Mal.